Ach, Stuttgart haben wir da schon. Das ist ja Grätze schon an Stuttgart, wobei wir halten die ja auch ein paar Mal. Ja, da sehen wir jetzt nicht, wo wir halten, aber ich glaube, die Fahrgäste, die wissen da Bescheid, ne? Ich habe jetzt auch keine Anzeige, wo die Station ist da links in dem Monitor. Ach, jetzt ist sie da. Cool. Jetzt vielleicht ein bisschen früher bremsen, gell? Vermute mal so 50 am Bahnsteigsende sind in Ordnung. Also so einen neuen Train-Simulator. Da ist immer so 60 am Bahnsteig, das Anfang kommt immer auf die Länge an. Hier ist jetzt aber vielleicht R50 angesagt, so wie ich jetzt meine, was so meine vorhergehenden hier Dings da und so Forschungen und Thesen gezeigt haben. Probieren wir das nochmal mit 50 und, nein, nicht ganz so starker Bremse, machen wir mit 70er Bremse. Wobei, wir sollten vielleicht ja schon unter dem Ding da zum Stehen kommen, wegen der armen Fahrgäste. Ja, gut. Haben sie zumindest ein bisschen Möglichkeit. Also, wieder in einer Tür können sie jetzt aber hier ganz komfortabel, ähm, schneegeschützt ihr Ein- und Aussteigen verrichten. Hört sich an, irgendwie aufs Klo gehen, aber... Warte, was das tun? Das ist halt so, ne? Hat da nicht jeder Freude am Bahnfahren. Deswegen ist ja das für viele einfach nur eine, ähm... Sehr lästige, alltägliche Situation, die man halt bewältigen muss, um... Dort hin zu kommen, wo man auch nur ist, weil es blöd und lästig ist, nämlich auf Arbeit. So, Tag, Kollege. Bisschen länger. Hi, jo. So, behält er denn. Und da fährt er wieder... Oh, und das noch... Oh, ne, ne, wow. Also, in der Tat viel Rollmaterial. Das kann ich jetzt nicht leugnen. Aber warum fährt denn jetzt der Betriebsfahrt lang, oder was das war? Ich hab keine Ahnung. Ich hab da Szenario nicht gebaut. Tut mir leid. Ich kann da keine Auskunft drüber geben. Ah, so ist das halt, ne? Gerade schimmelt ja die Bremse in die falsche Richtung gelöst. Es gab, die Tasten sind invertiert zu den neueren, äh... Zu Railworks 3, was, glaub ich, das Neue ist. Es sind die Tasten invertiert, also A und D zumindest, hab ich so das Gefühl. Es fühlt sich unnatürlich an, oder? Ich bin einfach ein bisschen... Bisschen aus der Übung, aber... Da gibt es auch Stadtbahnfahrer, die sich verbremsen bei uns, so ist ja nicht. Und die machen das beruflich und jeden Tag. Das tun wir mal ein paar Tage die Woche, aber... Es ist immer witzig anzusehen, dass man nicht selber hier alleine der Depp ist, der sich manchmal verbremst, sondern dass es auch durchaus... In der Realität Fahrer gibt die da ein bisschen, ähm... Ne, ein bisschen übers Ziel hinausschießen manchmal. Ich weiß nicht, also... Das ist nicht unbedingt Schadenfreude, aber es ist einfach irgendwie interessant zu sehen, dass du da nicht alleine, ähm... Dich mehr immer verbremst, ne? Muss schon ein bisschen anfangen, langsamer zu werden. Oh! Oh, 130, das schaffen wir nicht! Oh, das schaffen wir nicht! Das abzubremsen bis da vorne, ne! Die 10 kmh, boah! Ja, müsste ich jetzt schon anfangen, also... Fast hier mit dem Bremskotzt, da aus dem Fenster raus, irgendwie. Es geht ja nicht anders. Was ist da vorne? Ist ja gelb, gell? Aber ist denn das nicht wir? Ja, ich hoffe mal nicht, dass wir da sind, aber... Naja, es ist ein bisschen, wenn das so wäre, dann wäre es halt so. Würden wir dort eben ein Weilchen verbringen hier in Stuttgart? Weiter kann ich nicht lesen. Weiter reicht leider das Tick. Aber warum das dann generell gar nicht angezeigt wird, ist mir so ein bisschen ein Rätsel. Das sind... Ja, wir haben das Label einfach drüber labelt, aber hey. So, ich... Da weiß ich auch gar nicht, wann ich da bin. Aber das wird mir das Spiel hoffentlich... ...mitteilen. So, jetzt sind wir ja hier am Bahnsteig drin. Das halten wir ja mal unter dem... ...unter dem Dächle, ne? Weil jetzt sind wir ja hier im Schorbeländle. Da muss man im Dächle sagen. Genau. So ist's. Jetzt sind wir aus. Stieg befinden sich in Fahrtrichtung. Rechts. Sieh immer noch nicht, wo wir sind, gell? Das ist texturenmäßig halt noch ein bisschen, äh... Doch schon ein bisschen länger her. Und Text... ...Texturen war da, glaube ich, auch noch nicht so... ...angesagt. Was man trotzdem ganz gut lesen kann, sind ja die... ...Gleisschilder. Also, die kann man, finde ich, ganz gut erkennen. Aber so der Rest ist halt, äh... ...na, ist halt, wie es ist. Wie uns immer eine weise Denkerin schon vor langer, langer Zeit erzählt hat. Und wir glauben's erst jetzt. Ach schön, das haben wir noch ein bisschen hier. Ich weiß gar nicht, wann überhaupt. Also, ich hab auch gar nicht auf die Uhr geschaut. Und Fahrzeit, keine Ahnung, wann wir da sind. Auf jeden Fall haben wir ein paar Stuttgart-Stationchen. Ich hab so eine andere Tastatur hier. Also, ich würde zwar ungern irgendwas kaputt machen, deswegen... Deswegen versuch ich mal nicht da irgendwie was an den F-Tasten rumzumachen. Sonst geht... Sonst geht kaputt. Tralli, tralli, du. Könnt ihr da mal aussteigen? Nicht? Schade. Es tut mir aber leid. So, jetzt ist es leider mal gleich drin, ne? Dann haben wir auch ungefähr wieder die Abfahrt... Und noch ein ICE. Was ist denn hier los? Genau, so ist es wieder zurück. Dann können wir schon mal hier die Bremse weg. Zurückbleiben, bitte. Piep. Piep. Und ab dafür. Verfolgen wir den ICE. Den kriegen wir bestimmt noch. Ne. Aber als nächstes sehen wir wieder Stuttgart-Daimler. Heißt, die ganzen arbeitswütigen Menschen... ...zur Spätschicht abends... ...bestimmt vor Lust ist noch alles im Haus zu gehen und zu arbeiten. Oh, da vorne ist eine Weiche gestellt. Und darf ich dann trotzdem 130 fahren? Ich mach's mal nicht. Ich fahr mal lieber 80. Denn alles, was über 80 ist und weich ist, glaube ich... ...so verschleißtechnisch, glaube ich, nicht ganz so optimal. Also es gibt ja immer diese Weichen, die für etwas höhere Geschwindigkeiten gemacht sind. Aber es muss ja nicht jede Weiche das aushalten. Oder fahren wir das gar nicht rüber? Oder was wird das jetzt hier? Sag nicht, die dürfte ich jetzt mit 130 befahren. Das ist eine Monsterweiche. Bang, bang. Boom, boom. Ja, sie hat doch gerade der Zug schon gemeint. Oh, das tut aber weh. Oh, das ist Haltestelle. Ich hab nichts gesehen, Haltestelle. Ich hab voll verplant, Haltestelle. Es ist Bahnhof. Ne, es ist Haltepunkt. Es ist nichts, Bahnhof. Es ist Haltepunkt. Aber passt doch alles. Haben wir doch geschafft. Jetzt der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Wieder Aufenthalt hier. Beim Daimler. Da vorne sind ja eine Werke wahrscheinlich, oder? Das könnte sein. Dass das die Daimler-Werke sind. Da. Die andere Richtung ist ja eher so, äh, Bahn und so. So Bahnanlagen. Und Wald. Bezweifelt, dass er im Wald produzieren lässt. Aber mit. Ach ja, der gute alte Bensi. Ich glaub, es ist auch nicht mal weit, dass wir beim Daimler sind. Dann ist es bald um die Ecke der Hauptbahnhof. Ach ja, ich hab's schön hier. Also ich weiß nicht, S-Bahn-Fahrplan-Technisch ist das hier ein bisschen sehr locker. Vor allem, wenn als Ziel der Aufgabe gesetzt ist, ja, keine Verspätung bekommen. Also die Aufenthalte, da kriegst du ja jede Verspätung wieder raus. Dreimal. Mit Zinsen. Und das in der heutigen Zeit. Also das will was heißen. Da-da-di-da-di-du. Ah, aber ich seh auch hier, die Streckenkilometer, die, äh, konvergieren gegen Null. Das heißt, so weit kann's gar nicht mehr sein. So, jetzt haben wir aber gleich viel. Genau, jetzt sind wir gleich weg. Aber ich glaub, wir stehen auf einer Steigung. Das heißt, dass mit der Bremse lösen, versuche ich zeitlich so gegen den Zeitpunkt zu schieben, wo wir dann auch los müssen, ne? Nicht, dass wir da rollen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das... Ob das hier realisiert ist oder nicht. Schöne, schöne Sicht-Einstellung. Ah, so ist doch schön. Was das auf jeden Fall ist, ist, dass du Hangauf und Hangab eine andere Beschleunigung hast. Das weiß ich immer. Da erinnere ich mich noch dran. Aber mehr auch nicht. So, nächster Lasse, du kannst schon wahrscheinlich. Ist ja gleich um die Ecke. Und das sind auch nur 100. Oh, das ist ja schade. Was ist das langsam auch, gell? Was ist denn das für Geschwindigkeit, mit der ich mich hier abgeben muss? Ne, ist ja schon sehr schnell. Von dem Steuern liegt wahrscheinlich schneller, als er bremst hier, der Kollege. Hallo. Also, Soundkulissen-Technisch finde ich das fürs Alter auch sehr anständig. Gibt's ja heutzutage immer noch Train-Simulator-Projekte, wo das sich irgendwie sehr ähnlich anhört. So, warum haben wir denn da vorne erst? Ich weiß nicht, was mit dem Bremsen ist, habe ich noch nicht ganz so drin. Ja, das war schon mal besser. So, jetzt aber. Jetzt nochmal ansetzen. Ne, Ausstieg, befindet sich in Fahrtrichtung, links. Oh, hier ist auch Umstieg zum Fernverkehr. Umsteigemöglichkeiten zum Fern- und Regionalverkehr der Deutschen Bahn. Also, wenn da Fernverkehr fährt, dann vermute ich auch mal, dass hier Regionalverkehr fährt. Ich meine, ein S-Bad haben sie ja schon mal, aber... So, zum Beispiel auch dem... Ja, wir können an beiden Seiten aussteigen. Cool. Ausstieg in beiden Richtungen. Ausstieg in Fahrtrichtung und Gegenfahrtrichtung, beides mal links. Das ist ein bisschen ICE, gell? Ja. Aber da sehen wir ihn. ICE und ein Intercity davor. Und noch ein Zug. Ah, nee, es war die schiebende Lok. Hä, da war es aber auch in Intercity. Ach nee, ah, okay, also dieses Triebviech-Dings da, okay. Hat sich nämlich sehr verdächtig nach Lok angehört. Und da, ja, ICE und Lok, ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ja gut, aber seitdem ist er auch so ein bisschen Lokführer als Bezeichnung aus der Mode gekommen. Oder offiziell nicht mehr supported. Weil du sitzt ja immer seltener in einer Lok. Du kannst ja in einem Steuerwagen sitzen. Du kannst in einem Triebwagen sitzen. Hier zum Beispiel. In einem ETE mit einem Triebwagen. Und deswegen ist ja die Bezeichnung Lokführer schon etwas out to date, ne? Aber es ist alles auch Sachen, die hat in dem Zuge gemacht worden. Höhöhöh, Zuge. Ähm, dass man eben das Ganze mit dem Bahnverkehr und Rumrangieren erst ein bisschen vereinfacht. Weil wenn du halt einen Steuerwagen auch an der anderen Seite hast. Und das Ganze mit so einem Triebwagen zusammenfasst, da hast du dann halt auch durchaus ein paar Vorteile mehr. So, oh, noch ein ICE. Den kriegen wir doch jetzt auch gleich, oder? Ganz bestimmt. Oh, nee, sogar 60. Ja, naja, okay. Wahrscheinlich schon vorne wegen der Gleise. Wegen der Gleise, genau. Nee, wegen der Weiche. So, Annäherung. Ach, wir haben hier noch gar nicht... Ach, das ist eine Ankündigung. Ich hätte vielleicht besser hinschauen sollen. Heißt dann, drehen wir noch mal ein bisschen auf. Wir haben es ja, ne? Dann kriegen wir den ICE sogar vielleicht. Huhu. So, sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir Stuttgart Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, diese Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. So, dann hier wären es 90. Das ist natürlich schön für alle. Ach, hier ist gar kein Schnee. Es schneit nicht im Tunnel. Goll. Haben Sie gut gemacht. Ach, 07 haben wir noch. Ja, das ist ja noch ein bisschen. Und ein dezent längeres Gleis, wie es aussieht am Hauptbahnhof. Aber noch keine 60. Vorne erst. Wir fahren jetzt ein bisschen mit mir Begleitung. Das ist doch auch schön. So, jetzt aber weiß ich gar nicht, wie tief wir euch drunter müssen, dass der uns nicht zwangsbremst. So. Ja, jetzt auf keinen Fall mehr. 65, das glaube ich nicht. Anders sind wir sogar 40. Schön, aber das haben wir hier echt ein bisschen. War ich das schön da? Sehen wir das eigentlich auch irgendwie so. Also, da hätten wir jetzt, wenn wir ein bisschen näher dran gewesen wären, hätten wir das cooles daraus machen können. Aber ist ja leider nicht. Ja, aber dann haben wir es geschafft, glaube ich. Geht stark bergauf, gell. Oh ja, der schwächelt aber trotzdem ganz gut hier hoch. Naja, okay. Würde wir uns noch 40 ausschaffen da vorne. Und dann haben wir hier noch den Stuttgarter Hauptbahnhof, wie er jetzt immer noch ist und wahrscheinlich noch ein paar Jahre sein wird. Wovor dann bald ja ein bisschen anders aussieht. Von außen nicht mehr ganz so präsent, weil unter der Erde. Wollen wir denn da unsere 40 da vorne erst, gell? Ja, da können wir noch ein bisschen schnarchen. Aber auf jeden Fall hier noch als der Kopfbahnhof realisierte DR ist. Eine andere Luft, die ein bisschen schneller fahren, weil die ja nur 60er weichen hat wahrscheinlich. Ich verstehe es doch. Ist in Ordnung. Ein Künger auf 30? Vorne. Ja, ne, aber da ist eh vorbei. Da bin ich eh nicht mehr. Ich fahre hier jetzt genau warum mit 40 lang? Weil ich hier abbiege. Ja, okay. Ich fasse der ja wahrscheinlich. Anni hier hat auch nicht. Hier fährt er gerade aus. Wahrscheinlich wegen dem kleinen Hubbel hier. Da baut man die Strecke gerade. Gibt weniger Verspätung bei der Bahn. So, ne? Sehr geehrte Frage, ist da der Ausstieg befindet sich... Aber wir können am Wechseln noch auf das Gleis. Dann halte ich mal ganz kurz meine Mund, weil ich glaube, sie ist dann rechts. Wenn wir da steht ein Zug da vor uns, glaube ich, dass wir hier nochmal wechseln. Genau. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Hab erstmal für Fahrer direkt rein. Aber ist ja anscheinend nicht so. So, noch gucken, was wir da genau da halten. Da vorne. Nicht über Rot fahren. Also, Tag alle Kollegen. Aber erstmal schön laut die Pfeife loslassen. Das Signalhorn im Bahnhof. Freut bestimmt alle. So dachtechnisch ist es ja nicht so, gell? Zu meiner Erinnerung hat der ein Dach. Aber ist okay. Hat bei der Vorderung den Mini-Dachbereich. Ja, das könnte aber hinkommen. Ah, ich weiß es nicht mehr genau. Kann sein, dass er so aussah. Ich war da schon ein bisschen länger her. So, dann rollen wir da mal vor. Nebst den ganzen anderen, schnelleren Zügen. Ich höre neben dem, das schneidest du trotzdem. Gut, aber das sind auch Möglichkeiten dazwischen, wo es dazwischen schneiden kann. So, ich würde sagen, wir sind da. Genau, damit würde ich sagen, war es das für heute. Ähm, ich backe mich bei euch fürs Zuschauen, fürs Erbeisen. Wir sind einfach, ja. Irgendwie das nächste Mal oder in einer anderen Folge wieder. Macht's gut. Tschüssi.